Hi Leute, in diesem Video werde ich was verlosen. Und zwar werde ich heute einen Luna Ox verlosen. Und was du dafür machen musst, ist einfach nur dein Username in die Kommentare zu schreiben. Und ganz wichtig, es können nur die mitmachen, die nicht Laian Loco heißen und die auch nicht Ronja 3, 5, 8, 5 heißen. Weil das sind meine Freunde, die halt Roblox spielen. Ich habe sonst noch ganz viele andere Freunde. Auf jeden Fall, ja, die beiden dürfen nicht mitmachen. Also es würde nichts bringen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Auf jeden Fall, sonst, ihr anderen, könnt alle was in die Kommentare schreiben und euren Username. Und dann, mit etwas Glück, wirst du den Luna Ox bekommen. Und bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.